ja hei leute es ist Semtex hier und herzlich willkommen beim nächsten part von gta und wir haben uns hier gerade mal schön aus unserem pool bequemt und Chopper der freut sich auch die buhle ist auch einfach zu geil ja wollen wir schauen okay alles klar also mein kifferladen braucht hilfe dann wollen wir da mal schnell hin so ein paar vorräte besorgen alles klar das kriegen wir mal hin barfuß logo oder adrian was für ein scheiß alter ich so findest es bei p immobilien um die ecke gut ist denn weil das hier im berg ist es ist einfach nur umfahrend holen transporter alles klar das kriege ich ja ich weiß doch dass ich gerne autofahren kann da und 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 Wo ist jetzt der Transporter? Äh, was jetzt? Hä? Wollte ich jetzt einmal hier rumgefahren, dann ist der Transporter jetzt schon weg. Och Gott, das ist doch kacke. Ich dachte, ich muss hier rumfahren. Hier bin ich gestartet. Hier war der Transporter. Hätte ich jetzt über den Berg springen sollen, oder wie? Natürlich habe ich einen Klatten. Egal. Fremde und Freaks. Wir fahren mal zu diesem Fremden und Freak hier. So ein kaputten Auto. Wenn ich jetzt irgendwo ein Crash habe, ist mir nicht übel. Das ist lieber daran, dass mir hier ein Reifen vollkommen im Arsch ist. So. So. Ja. Was wäre ich gerade? Na komm. Also. Dafür, dass ich mit einem halben kmh gegen den Stein gefahren bin, war die Animation jetzt aber ein bisschen übertrieben. Also in den Kurven nur kein Problem, in die Rechtskurven. Nur die Linkskurven. Ohlala. Die Waldsee. Wenn die Kreis wie, weiß ich nicht was, kann ich sagen wie ein Panzer, aber ein Panzer kann sich quasi auf ein Pfennigstück wenden. So. Winewood Park sind wir jetzt. Ne, also in diesem Part, nach dem letzten Part so ein bisschen Scheiße bauen und so dran war, will ich in diesem Part auch noch nicht direkt so bam, zack, hier Hauptmission, knall durch. Aber zumindest so ein bisschen Nebenmissionen machen, also so ein bisschen hier die Freaks abklappern und sowas. Deswegen habe ich jetzt für diesen Part auch Franklin genommen, weil bei Michael ist gar nichts zu tun momentan. Da kriegt, der kriegt nicht mal irgendwas, eben auf gut Deutsch, hellblaue Overkarte angezeigt. Ähm, klar für Trevor kann ich einiges machen, aber Trevor habe ich jetzt schon sehr, sehr viel gespielt. Und, ähm, deswegen dachte ich, nehme ich erstmal Franklin und kratze immer so ein paar Huren in den Asphalt rein. Und der Hund ist ja Freak, oder was? Voll die Lassie verarsche hier, Alter. Wie geil. Was? Hu, hu. Trägt ja den Baum fest. Hu, hu. Und du wirst ihn jagen lassen, weil er manchmal in Arsch ist. Hu. Hu, hu. Hu. Hu, hu. Hu nur hastjas aus einem Felikkeys femmes. Hu. Hu. Hu, hu. 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 Hu或 Teufs werde ich whose? Also ich glaube in dem Fall bin ich der Freak und nicht der Hund. Mann, das ist ein cooles Hund, du hast, Mann. Was Hund? Das Hund, der schlug, 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 Mann. Mann, ich habe keine Ahnung, was du jetzt sprachst. Was ist das? Hallo! Wenn du einen Moment hast. Ich bin schlecht, Hund. Mann, das war wild. Ich bin kein Adrenalin-Junkie. Ich bin ein Kontroll-Junkie. Ja, das Parachutin ist intensiv, Mann. Hey, hey! Wenn ich mit dem Weg herausfinde, was es bedeutet, sein Leben ist, dann machen wir das ein bisschen spirituell, und sagen wir, ich bin auf eine Sprache-Junkie. Scheiße, nichts hilft mir zu denken, als ich mich schlug, während ich nach einer bestimmten Höhe, Mann. Dann bist du für's. Nicht wirklich, Hund. Scheiße, ich Respekt-Gravity. Oh, ich wusste, du war ein Scheiß. Komm schon. Es ist sicher, ich versuchte dir. Es ist sicherer als Fahrzeug. Es ist sicherer. 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 Okay, folgen wir ihm halt. Komm. Kollege. Oh boy. Hier kommt der mein Piloten. Das nächste Lauf pluie. Wie schön. O, Jess? Du willst du nach wie vor ein bisschen langer? Fuck. Ich muss lernen, wie gesagt nein. Wie geht. Ach wie geil, scheiß drauf. Okay. Okay. Oh god. Dominator. Dominator. What syllabus did you rock? AFF? You all good with the PLF? Say what? What's your training background? Man, I found your crazy dumbass in the tree and now I'm here. That's all the background your ass need to know. Virgin in the drop zone. Hymen in the hole. No, but seriously, I got you. Don't sweat it. It's not rocket science, although it is in some ways. But I'm talking metaphorically. Like you with that dog. I didn't get that by the way. Wait, wait, hold on man. So you telling me you have no memory of a fucking dog? There you go again. It's off-kilter and I dig that about you. But we need to get on the same page, bud. Strategize and synergize. You feel me? Like the double elix. Man, all I'm feeling is regret on a whole new level. Take the tampon out, bro. It's like riding a bike. Except at 100 miles an hour and turn around the ground. Oh, god. Ich verspring mal in den Flug. Da habe ich jetzt ja... Echt keinen Nerv drauf, mir das Gesülze noch länger anzuhören. Weil, deswegen es interessant, das Gesülze ist okay, aber... Okay, uh... Oh, fuck. Hey, so, about that training? So. High five, the big man. Alles klar. This is what you call a bear market. Shorten, close it, cash out, fully leveraged. What the fuck? Ja. Yo, how do you like the taste of your own balls? Hoppala. War nicht so cool. Aber irgendwie, was meiner Meinung nach echt ziemlich knapp verfehlt, aber auf einmal. Wir nehmen das Rote. Yo, what's with the early squirt, dude? Dial it back. Hey, wait for me! Barfuß Fahrrad fahren. Oh, das ist so eklig. Kennt das einer von euch? Ja. Hey, trying to start the party without me? Oh, nein. Okay, last one down the mountain bike. Ich fahre ein Rennen. Hoppala. Ach, du Scheiße. Und während des Welfang wohl verfolgt. Cooles Ding. Hey, das war Assi, Junge. Das war Assi. Ja, ich weiß. Ich bin da von der Strecke abgekommen. Bitte lassen wir ihn hier nochmal springen. Okay. Last one down the mountain bike. The protein shakes. Marker. Mach. 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 So, Leute. Ich gebe wirklich mein Bestes. Der hört jetzt auch, wie ich hier am Klicken bin. Aber der Wagger, ey, der zieht mir echt weg. Ach, Scheiße. Schon wieder. Shit. Die Kurve ist echt krass. Die ist richtig krass. Da muss ich, gut, da muss ich dann doch mal bremsen. Okay. Last one down the mountain bike. The protein shakes. Oh. Hey, komm. Assi. Das geile Ding ist ja auch, dass er mich schützen kann, aber ich schütze ihn. Wenn wir einen nachrücken, ist er immer der, der mich wegschubst. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ehrlich. Ehrlich jetzt. Oh. Einmal falsch gelenkt und fail, alter. Kotzt das an. Ich weiß schon, wie das wieder geflamed werden würde. Was denn, Dix? Du bist so blöd, Fahrrad zu fahren. Boah, ich hab das beim ersten Versuch geschafft und ich hatte vier Kilometer Vorsprung auf den Tiefen. Bla, bla, bla. Ist mir Wayne. Wenn ich das wie 40 Mal versuche, ich mach das Ding. Scheiß drauf. Ich spiele das Spiel hier so durch, wie es nun mal mein Stil ist. Und mein Stil ist nun mal, dass ich nicht fahre. Gar vertickt der Scheiße hier. Ja. Ah. Ist nochmal so. Gelitten, Leute. Dann guckt es euch nicht an, wenn es euch nicht gefällt. Kann ich sowieso nicht verstehen. Wie werde ich hier den ganzen Tag einfach nur rumflame oder sowas da. Äh. Du fährst, du scheiße. Oh mein Gott, das kann man sich ja nicht angucken. Dann guck es dir nicht an. Wenn er noch einmal diese Proteinshake-Scheiße labert. Kotzig. Das ist das, was ich spreche. Ich spreche. Kommit. Gnarly. Stretchier. Don't bonk. Ah, komm, ey. Ha ha ha, I bet you didn't think you'd have the best day of your life when you woke up this morning. Shit, even bigger chop! Whoa, massive air alert! Oh Gott, wie lange ist denn diese Kackstrecke noch? Get ready for more air! Let's crank this up a notch! All I'm seeing is a semi buddy and I want a hard on! Oh, break, 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 break! Oh God... Oh, we got a hole in the road! Ski jump! Hit the sky, bro! Oh shit! Double jump! Go aggro on the track! Get right up in its grill! Mach session! Oh, look who showed up! Max power to the face line! Fertig ist das Ding, Alter! Leck mir die Füße! Oh! Oh! Yeah! I didn't kill myself! And you wouldn't even push! Whatever bro! I know this bike! I know this body! I know this body! I was operating at the perimeter of my parameters! And you were being reckless! And now you're having a whinge! A wha?! Listen, meet me by the airport when you grow up here, alright? What do I get here for? What do I get here for? Geld? Ne, that's my Speicherpunkt! Abgeschlossen Gold! Na, my dear friends, also... Ähm... Das Letzte... Ich meine, auch wenn die 20 davor gescheitert sind, aber das Letzte... Könnt ihr nichts zu sagen! So... So, let's try to lose this for a bit! Was machen wir jetzt? So... Fahren wir vielleicht nochmal eine Runde... Ähm... Mit dem Paparazzi? Oder... Hier ist noch ein fremder Unfreak! Fahren wir sonst nochmal da hin! Downtown Cab! Da ist es ja schon! Hey! Hey! Mein Mann! Wo gehts du hin, Macker? Hallo? Hast du besoffen? Hey, mein Mann! Hey! Wir sind hier! Danke schön! So... Log 8-9-Zeta-3X Wait! 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 Stop! Was ist das Problem, Home? Carbon-Based Life-Form? Check! 6-feet-tall Check! 6-feet-tall 2-feet-tall Normal-Distribution Check! Readings are... Readings are... Shoot! Guess the little machine is broken again! Check! Star date 14-9-305 Time is... 789 past the 9th Meridian We are clear! Woof! Greetings, CBL Carbon-Based Life-Form Greetings, Home Have you seen them, CBL? Seen who? I don't know They came to me last week There was a brilliant joy And a terrible confusion And they were laughing and screaming and crying all at once And some said Omega We come in peace And others said We have come to enslave you We are an infinitely intelligent race of super cosmic beings And out of the 6 billion people on this planet We have chosen you for no good reason And just then they were about to abduct me and do experiments on me When their ship crashed Man, you done lost your motherfucking mind And now, I've got to find the pieces Eh, bullshit Look, look See this? Hm? If you see some, if you see some, let me know Yeah, yeah, okay, I will, man Okay Verlasse das Gebiet Gut, das gehirn Versuch'n bekloppt'n erstmal wieder wegzugehen Da hab ich nichts gegen Danke für den Autoboxi What a freak! Was soll ich Raumschiffe sammeln? Die haben was geraucht oder so? Nein, Mann, ich würde dich nicht geworben Wollen wir die Taki überfallen? We have cameras, just so you know Wollen wir die Taki überfallen? Dann packen wir das Fluchtauto mal möglichst geschickt davor Um ein Snack zu kaufen Hm, wir kaufen Ego Chaser Ah cool, wir sind alles voll Wie nett Sehr schön Haben wir schon mal den Nadeln hier überfallen? Ha 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 Oh cool Ich hasse dieses Polizeiramden Ehrlich, das geht mir so auf den Piss Scheiße. Schnell ein anderes Auto. Schnell, 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 schnell. Macha, Alter. Macha, gib mir dein Auto, gib mir dein Auto. Na, noch beschisseneres, langsameres, Kakao, du konnig auch nicht finden, ey. Was für mich denn hier? Wieder eine Polizeischatze gelandet oder was ist hier los? Ach, das ist ein Knast. Ach, du Scheiße. Ja, ja, dann will es endlich mal entkommen. Will ein bisschen abkürzen. Und fährt genau in einen Knast. Natürlich sind da Bullen. Oh Gott. Ja, oh Gott. Ja, schönes Ding. So, da haben wir erfolgreiche Tankstelle überfallen. Das sind ja auch nicht alle Tage. So, unbedingt ein anderes Auto. Die Schrottkarre hier kannst du vergessen. Erst mal die Knarre wegstecken, mein Freund. Nein, das ging ja auch als Shortcut wegstecken. So, wo fahren wir denn jetzt mal hin? Was stellen wir jetzt mal Schönes an? Hm, wir fahren mal zu... ...zu... ...Barrick würde ich auch mal fahren. Oh Gott, das warst du eine langsame Karre. Ach, du heilige Scheiße. Ist das ja zwei PS oder was? Ja, also wir fahren jetzt zu Barry. Ich weiß aus dem Kopf jetzt gar nicht mehr, was Barry nochmal für ein Freak war. Ich glaube nicht, dass das der Paparazzi war. Ich glaube, das war der andere. Ich bin echt mal überlegen, was hatte Barry denn nochmal? Ich bin ein Leier. Ich bin wirklich voll zu hier gerade. Oh, ich habe nicht, dass die jetzt hier meckert. Oh, die Auto konnte schon wesentlich mehr anfangen. So, und Barry habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, was das für einer war. Deswegen wollte ich da jetzt auch mal hinfahren. Ich will ja meine kleinen Freaks hier nicht vergessen. Oh, ja, das war wirklich ein Fehler von mir, weil jetzt habe ich gerade auf dem Laptop geguckt und bin ja auch im Fernseher. Da kann doch schon mal passieren, dass man da mal gegenlidgt. So, aber wir sind ja auch gleich da, bei Barry. Ach, der Scheiße, der ist das. Das ist das, was wir machen können, wenn wir uns mit dem Laptop geguckt haben, in einem öffentlichen Ort. Das ist sehr effektiv. Ich bin bereit, um ein Marder zu sein, Freund. Wie du? Scheiße, wenn es ein Marder bedeutet, dass ein Marder eine gute Marder zu schmieren. Also, du möchtest ein bisschen warm-up? Du weißt, bevor du gehst und die Supply? Bevor ich was? Du weißt, du weißt, die Supply. Du weißt, dass du eine Marder in den Laptop ohne Laptop. Du weißt, was Cerebral, das wird die Leute aus ihren Füßen, protestieren. Ich weiß, dass die Leute das zurückverkauft. Das ist so dieser behinderte Alien-Scheiß, den ich mir anreden. Das ist ein bisschen schmieres Zettel. Das ist ein bisschen schmieres Zettel. Das ist ein bisschen schmieres. Kannst du sehen, die Aliens? Was noches musst du? Das ist schmierig. Also, einfach mal die Sachen. Das ist eine Revolution! Ok Ok Ja und G1-SNS wo das Zeug ist Da kommt noch was, das war es nicht, das ist nicht so frink und steckt das mal eben weg Oder doch Mehr als jetzt Franklin sieht keine Aliens, der macht einfach so rambadabaduff und weg ist das Ding oder was Harter Kipperboy, harter Kipperboy Na gut, da haben wir den auch mal wieder erledigt Und dann kommen wir doch vielleicht mal zu Larry, diese Attentate sind voll gay Devin muss sich ein Auto verklauen glaube ich Hier ist alles Nicht so cool Ja zum Paparazzi können wir doch mal fahren Ich glaube wir fahren da noch eben hin Aber ich glaube machen werden wir das erst im nächsten Part Mal gucken wie lange der Part jetzt schon geht Oh ne das machen wir noch Und wenn der Part sonst einfach mal ein bisschen länger wird oder so Wayne Ich habe jetzt gerade nur geplant wie lange der Part der ist Einfach mal schauen Einfach mal schauen So Ist ja auch mal blöd irgendwo hin zu fahren Und dann zu sagen Ah Fortsetz im Volk Hier nächstes Part geht es weiter Ist ja auch irgendwie scheiße Und dann freut man sich und denkt sich Ah cool jetzt machen wir noch die und die Mission Na ja ist das genau die Mission Die irgendeinem gerade fehlt Oder die ihr sich irgendjemand angucken wollte Und dann ja ne wir sehen uns dann morgen Ist ja auch irgendwie scheiße Sooo Sooo Iiiiihm Alles klar mein Paparazzi Freund Papi 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 Na Kollege Einmal ein Wolfgang grab Hipster Und wir sind mit Geld Wir sind mit Geld Wer sagen Oder die Amerikaner wird da zurück Na nicht ich Ich Komm male Los geht's Warte Entschmer's Mann Wir brauchen Inge Trauer Wir sind Ja Wir sind Wir sind Das ist nicht so gut. Schuss, du bläst auf die Koffer! Das sollte sich total interessant sein sein. Okay. Ich kann jemanden hören! Bleib dran und spiel es cool! Was willst du machen? Ich bin auf der Arbeit. Ich habe den Koffer, es ist nicht so schwer. Ich weiß nicht, ob es so wie Nummer 2 ist. Er ist dein Vater, das ist das die Familie. Ich muss gehen. Ich liebe dich. Und mach deine Arbeit, okay? Okay, Maria. Wie geht's dir? Du weißt, noch ein Tag, noch ein Minimum Wage. Du weißt den Stade von Bungalow 3? Komm schon, sie sollten gerade nach diesem Pool sein sein. Sie sind gerade nach diesem Koffer. Sie sind bereit für die Amerikaner zu sehen? Sie sind bereit für die Amerikaner zu sehen? Hier, du gehst die Kamera. Sie kennt mich, Mann. Ich werde mich aufhören. Ja. Ist das gut, babe? Oh, oh, es ist fantastisch! Really? Ja! Oh, du bist so fit! Ich weiß. Ich muss sagen, für eine Virginie, du bist wirklich nicht so into das. Ich bin nur eine Virginie für TV. Sie? Really? Ich meine, ich schaue immer nachdem, und schaue auf und runter, so es nicht klappt. Was? Ich bin nicht ein Sex Tape für zumindest drei Jahre. Unless mein Agent meint. Was? Ich dachte, das... Ich liebe dich, Papi. Ich möchte wirklich nachdenken, ich dachte, wir könnten sein, das als Teen Couple sein. Aber Justin, du bist 21 und ich bin 24. Wir sagen, wir sind nur Teenen für Marketing. Das ist nicht wahr. Okay. Okay. Just get on with it, will you? Hungry. There's someone watching! Oh, shit! Security! Abort! Abort! This way! Come on! Wee! Mighty Cyrus! Get the fuck in the car, man! The show coming after us! Well, don't just sit there! Film that psycho slut! Damn! America's sweetheart is one angry ass bitch! Yeah, I know! She's terrifying! It's perfect! I'll try to lose them! Straight road coming up! This is your chance to get a good shot of her! Man, you're not the one hanging out this fucking trunk! I was working on my quads, you idiot! Man, this gonna get worse before it get better! Whoa! Whoa! What the hell, man? That motherfucker's right on top of us, dog! I'm taking a sharp right! Keep that camera on her! You people are scum! I'm gonna go left and cut across the intersection! Hold on! Yeah, fuck you too, man! I will fucking destroy you! And everyone who knows you! Move! Come on, man! Hit the gate! We were rehearsing a scene! Oh, God! Oh, shit! We got traffic ahead! Oh, God! Going left! Keep it steady! Those two men are child molesters! Damn! That was close! Jesus, she's still on us! Screw this! I'm going through the construction site! You have no idea what I'm capable of! She's so tough! Man, shit! I hope this didn't just turn into a snuff movie! Eh, whatever! She's fine! We'll wipe the audio! Oh! I can just see the headlines now! Poppy Mitchell crashes car on drug-fueled sex rampage! Oh, shit! Oh, shit! Another illuminating experience, homie! Someone's gotta do it! I really don't think so! Hey, look! If you don't want to become rich beyond your wildest dreams, while performing a vital public service, you won't meet me again! Get! But then again! You're not an idiot! No, I am a fucking idiot! So! Paparazzi Sex Video! Bestanden! Yum 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 yum! So! Während die Altes gerade hart in ihre Nougat-Höhle bekommen, haben wir sie schon gefilmt! Und wir haben natürlich gezeigt, hier kommen voll die Gammelslut und sowas. Die ist gar nicht so ein cooler Teenie und so. Orte, an denen du Fahrzeuge in deinem Geheimversteck findest, sind auf der Karte gekennzeichnet. Gut, alles klar. Diese Autos muss ich also für Barry sammeln. Alles gut. So, aber das machen wir alles im nächsten Part, mein lieben Freund. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis denn. Tschüüüüü. Euer Mr. Semtex.